Einer geht nach links, einer nach rechts. Die Karte schön werfen. Dann wird er geschickt. Wir bestimmen welche Seite. Wir bestimmen eigentlich alles, weil der Hund sollte ja lebendlich Kind bleiben. Weil wenn wir selbstständig und erwachsen werden, wird ja die Erziehung schwieriger. Und das Leben lang sollte er ja eigentlich von uns Führung erfahren. Und Führung heisst eben Sicherheit und im Beifussfall können anfragen.